Hallo und ein herzliches Willkommen zurück auf Oktria mit Kind und mit Mutter und mit Ur-Ur-Großmutter. Ur-Ur-Großmutter? Wer ist denn das? Du. Ich? Oder Oma-Mutter. Oma, ich geb dir Oma, ey. Also, falls Emi in den nächsten Parts nicht mehr dabei sein kann, hab ich sie erschlagen. Oma, sagst du zu mir, ey. Nein. Ja, ja. So. Manu. Also irgendwie buddel ich hier gerade nur. Das macht voll Spaß mit dieser Hacke. Das ist voll genial. Was ist denn dein Problem, Emi? Wir haben kein Fichtenholz. Soll ich nach oben kommen und Holz machen? Mal ein bisschen Holz farmen und so. Wir haben ja kein Dings. Ich, ich komm einfach mal. Ich kümmere mich da drum. Du brauchst also Fichte, ja? Also ich glaube, es wäre toll, wenn die Leiter ein Stückchen weiter nach oben gehen würde. Schau mal. Ich hab jetzt hier einen Korbelblock hingemacht. Ja, ich seh, ich seh. Wenn du daneben links und rechts auch noch einen Korbelblock hin machst, kannst du da noch ein bisschen Deko draufpacken. Ja. Habe ich auch vor. Gut. Ähm, okay. Das ist hier alles sehr dunkel. Vielleicht sollten wir dann doch mal den großen Fichtenbaum jetzt wachsen lassen. Jetzt haben wir ja... Aber der ist so riesig und dauert so... Ja, jetzt mit der schnellen Hacke geht das ja. Aber du pflanzt den dann ab. Ich pflanze den dann ab, genau. Genau. Ich glaube, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal schnell zum Spawn. Darf ich mitkommen? Äh, ja, aber ich brauche noch einen Augenblick. Ich muss erstmal mein Zeug in den Rucksack packen. Ich hoffe, der ist leer. Oh ja, der ist leer. So. Hast du noch einen? Da. Was habe ich noch? Alles gut, alles gut. Ich bin noch... Wo ist denn jetzt der ganze Sandstein hin? Hast du den jetzt genommen? Nein. Ach, da hätte ich ja nicht alles in meinen Rucksack stopfen brauchen. So, die lasse ich hier. Nicht, dass denen irgendwas passiert. Ähm, auspacken. Ja, ähm, Caps schreiben ist natürlich auch fantastisch. So, warte mal. Ja, da hast du auch keine Menge. Die habe ich jetzt ja verbraucht. Was hast du jetzt denn? Mein Rucksack ist voll. Ah. Wenigstens mit Kabel. Ah ja. Äh, du hast mir ja die ganzen Sandsteine jetzt vor der Nase weggeschnappt. Ich kann's eben. Mhm. Dann kann ich dir eigentlich meinen Kabel geben. Dann kannst du, äh, die Sachen holen. Nein, meinen Kabel, meinen Sandstein geben. Dann kannst du das gegen Erde eintauschen gehen und ich mach hier weiter mit den Holz. Soll ich denn irgendwas kaufen, oder? Äh, nee. Nur Sandstein gegen Holz eintauschen. Holz? Äh, gegen... Na, du weißt doch, wie das Zeug heißt. Erde. Ja, genau. Äh, 15, das reicht nicht. Hier ist ein 15 Sandstein. Das weiß ich nicht. Ich hatte alles 64er. Pff. Glaube ich. Egal. Na, irgendwo. Ciao. Slash Spaffen. Aber wenn ich das Kabel eintausche... Das ist Sandstein. Nein. Ich kann ja auch meine Sachen... Ach so. Habt ihr denn auch was zu sagen? Glöckchen ist mein bester Freund. Wir können uns, seit wir klein sind... Wir kennen uns. Wir kennen uns, seit wir klein sind und sind zusammen hier gelandet. Ihr seid doch immer noch klein. Ach siehst du, da ist ja die Birke gewachsen. Jetzt können wir mal eben gucken, wie das aussieht. Okay. Ja, ich finde die total unpassend hier in diesem Abschnitt. Vielleicht machen wir die Birken einfach, wie gesagt, im nächsten Abschnitt. Da kann man einen blauen machen. Ähm, woher ich mal Dings... Dann machen wir da... Genau. Ach so, Schwarzeiche haben wir ja gesagt. Haben wir Schwarzeichen-Setzlinge hier irgendwo? Hatte ich die auch mitgebracht? Wahrscheinlich nicht. Nee. Keine Ahnung. Die hatte ich noch nicht. Okay, macht nichts. Slash-Bank. Hm, den da hin. Und dann da hin. Jetzt gucken wir mal, wie die wachsen. Wer du? Das Octria-Menü ja öffnest. Ja. Slash Octria. Dann hast du doch hier so ein Coin. Das ist ja ein Online-Shop. Ja. Aber das Coole wäre, wenn man an den... Also, Online-Shop ist auch mega geil. Aber wenn man hier irgendwie auf den Markt oder so gehen muss und dann Dings macht, dann vielleicht zur Bank und das nicht mit Slash-Bank, sondern entweder macht man das mit Slash-Bank oder kann direkt zur Bank gehen. Okay. Okay, ich verstehe nicht ganz, was du meinst, aber okay. Erzähl dich dir nachher. Ja, tja. Hast du mir aber viel zu erzählen nachher. Was habe ich denn noch zu erzählen? Na, du wolltest doch vorhin noch irgendwas erzählen. Ah, wegen der Mine. Ja, genau. Dass ich nicht die Mine abbauen kann, wenn... Ja, ja, ja. Das besprechen wir nachher nochmal. Da habe ich noch keine Ahnung. Interessiert mich aber durchaus, wie das Ganze funktioniert. Ich habe eigentlich noch keine aktive Mine gesehen. Also... Meine wird immer abgebaut. Ja. Von Nana und so. Ah. Und dann geben sie mir nie die Sachen, aber dann hole ich sie mir. Ah. Ich sage zu denen, sie sollen mir die Sachen dann geben, aber dann nimmt sie die mit. Ja, sowas passiert halt, wenn man mit mehreren Leuten zusammen was macht. Ich bin ja auch mit tausenden Leuten auf meiner Welt. So, also die erste große Fichte habe ich jetzt gleich abgeholzt. Die wachsen auch um einiges schneller in dem Vierer. Wie die Kleinen. Was ich total merkwürdig finde. Denn letztendlich in den Biomen, wo die Fichten stehen, stehen ja eigentlich auch nur einer, ne? Da stehen eigentlich keine Vierer rum, ne? Manchmal. Ne, habe ich das schon mal gesehen? Ne. Also Fichtenholz habe ich jetzt. Ich komme slash wach. Also wie wollten wir jetzt den Keller unten machen? In Kobbel. Kobbel. Okay. Also die Seine, die Seine, nein. Die Seine Sandsteinen lassen und den Boden dann in Kobbel, oder wie? Oder Decke? Kobbel? Ne, nicht Decke. Okay, Decke lassen. Lassen, ja, lass das, macht nicht so mega viel Arbeit machen. Oh. Den Boden in Kobbel finde ich gut. Boden und die Wände. Die Wände auch? Die würde ich auch in Sandstein lassen. Okay, dann lassen wir die auch in Sandstein. Also, ja. Pfff... Äh... Fichte? Hier. Ein Steck? Ja. Danke. Das gehört jetzt mir. Bitte. Wenn du es dann irgendwann mal einsammelst. Aha, aha. So. Es geht bei dir nicht gerade viel besser. Äh, ne. Unser Internet ist heute Schinken. Lecker. Schinken. Das weg, dann hoffe ich, dass da was wächst. Na, 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 na. So, ähm, was mache ich denn jetzt? Du kannst den... Ach, da sind ja noch acht Erde. Was machst du denn mit der Erde? Na, Bäume aufstellen. Damit wir farmen können. Unser, äh, Wohnhaus soll ja dann auch, äh, aus Fichte, Birke... Nein, Fichte, Eiche. Und Schwarz-Eiche. Ja, genau. Wieso ist da gerade denn Erde weggebackt? Das weiß ich nicht. Das passiert ganz oft sogar, dass, ähm, ganz viele Sachen von mir wegbacken. Ja? Habe ich noch nie gehabt. Und dann nie wieder da sind. Na, sowas. Dann hast du die wahrscheinlich nie gehabt. So, ähm, da haben wir noch mal vier. So. Gut. Dann dürfen die hier wachsen. Ich will mal in den Online-Shop gleich gucken. Aha, der Server redet mit Hotte. Oh Gott. Alles klar. Ähm, ich weiß nicht, was ich machen soll. So, ähm, Emi, bist du da bald fertig mit dem Dach, oder? Bleibt das jetzt so? Ja. Ja, gut. Sieht da cool aus, ne? Ja, finde ich in Ordnung. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich habe keine Axt mehr. Äh, warte. So. So, dann fange ich mal unten an. Ja, ich komme erst mal mit. Nee, ich brauche noch Koppel. Ach so. Nee, ich habe was im Rucksack. Koppel haben wir ja so gut wie gar nichts hier, ne? Ähm, okay. Ich nehme mir einfach mal hin. Der Zuckerrohr wächst nicht. Warum wächst der nicht? Ich muss abtauchen. Warum? Was machst du? Ach, das geht hier nicht. Was tust du? Abtauchen. Ah ja. Das soll jemand verstehen. Also echt. So. Äh, wo ist denn jetzt der Boden? Soll ich den einfach hier draufsetzen? Nein, nein. Der Boden musst du noch eins runterbuddeln. Ich habe keine Hacks. Ja, ich bin gerade unterwegs. Ich hole. Dieses Gebiet musst du erst kaufen. Mhm. Na, 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 na. Warte mal, das ist die Behutsamkeit, ne? Die lassen wir mal da drinne erst mal. So. Und das war die... Kommst du? Ich bin doch schon unterwegs. Mal nicht hetzen hier, ja? Komm, komm, komm. Gut, gut, gut. Hetz mich nicht. Gut, 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 gut. So. Äh, was machst denn du da? Warum buddelst du denn den ganzen Brunnen aus? Das ist doch kein Brunnen. Doch, das soll ein Brunnen sein. Das ist ein Wasserloch. Ja, aber das soll ja ein Brunnen werden. Aber nicht hier. Wieso nicht? Ich wollte den da hinstellen. Was? Wo? Ich wollte den da in die Ecke stellen. Okay. So, wie groß sollen wir denn das hier machen? Also hier... Hier würde ich eigentlich sagen, fangen unsere Farmen an. Oder? Okay. Ja. Mhm. Aha. Gut. Bin ich mit allen verstanden? Das ist schön. Wetter. Wetter. Äh, wo bist du denn da? Wetter. 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 Wie weit soll ich denn in die Richtung buddeln fürs Lager? Nicht so weit, oder? Das reicht. Erstmal. Jaja, man kann ja später immer noch vergrößern und anbauen. Jetzt geht's ja erstmal darum, überhaupt was zu haben, wo wir ein bisschen die Sachen sortieren können. Weil es ist schon nervig, alles in ein paar Kisten zu stopfen. Ich hasse unordentliche Kisten. Mhm. Schräg, schräg. Unordentliche Sachen. Äh, jetzt hast du hier Kobbel untergemacht. Hä? Kind, du verwirrst mich. Mutter. Warum tust du das? Du verwirrst mich mehr. Na, den Boden. Ja, okay. Egal. So, also bis hierher. Dann baue ich erst den Dings. Bis hierher und nicht weiter. Mehr sag ich nicht. Ähm. Einen Moment. Da habe ich eine Fackel abgehauen. So. Na, ich hänge schon wieder an dem Stein fest. So. Das habe ich mal die Decke wieder heile. Äh, wobei... Ne, warte mal. Da ist ja noch eins weg. Hä? Ich habe mir das anders vorgestellt. Wie anders vorgestellt? Hallo? Redest du mit mir? Den Brunnen anders vorgestellt. Ach so. Und ich will kein Sandstein auf den Kopf. Doch, das ist gut. Das macht schön. So. Doch, Sandstein macht schön. Seit wann denn das? Seit jetzt. Seit jetzt. Seit jetzt. Ja, dann krieg mal Sandstein auf den Kopf. Ja. Aber das tut weh. Ach, das macht nichts. Hat doch rotz dich. So. Ja, ich würde das jetzt doch mal hier so lassen. Ja, ich würde das jetzt doch mal hier so lassen. Teibchen ist abwesend. So. Ach, verdammt. Der ist dann aber zu breit. Was ist zu breit? Ich krieg den, ähm, Brunnen irgendwie nicht hin. Warum nicht? Weil ich den irgendwie anders mache. Ich guck gleich mal. So. Was, was hast du denn vor? Den hier in die Ecke zu machen. Okay. So, und dann buddelst du hier gleich runter. Dann kommt hier das hier drauf. Dann mache ich das noch mit der Decke. Okay. Ja, dann buddel ich mal runter. Ja, wie komme ich wieder hoch? Ich mache das mal nicht zu. Äh, wie weit runter? Das reicht. Ich würde den eigentlich gar nicht so tief machen. Ja, so. Wir lassen den mal so. Weil du musst ja bedenken, wir haben ja noch mehr Etagen unten drunter. Danke. Wir bauen ja nicht nur eine Etage. Denke ich mal. Weiß ich noch nicht. Bibi. Ach, ja. Ähm, okay. Bibi, Schnulli. Ich geh mal nach oben. Und du kannst mir gleich mal... Was kann ich? Ähm. Erstmal nix. Okay. Erstmal nix ist immer gut. Nicht immer. Manchmal ist das sogar voll schlecht. Ja. Weil du dich sonst langweilst. Ein Clostone wäre jetzt prima. Haben wir nicht. Wir haben nur Fackeln. Ja, dann Fackeln. Bring mir Fackeln. Ich bring dir keine Fackeln. Ich bin jetzt mitten auf dem Baum. Ja, aber danach... Ja, vielleicht... Vielleicht auch für mich. Wenn du es nicht tust... Dann muss ich mal mit deiner Mama reden. Genau. Sagst du auch, Oma? Dann willst du... Ganz bestimmt nicht. Dann willst du dir selber reden. Hm. So. Okay. Ich habe eine bessere Idee. Baby. So. Ähm. Das haben wir auch. Kommst du nach oben? Wieso? Denn der Part ist zu Ende. Nee. Doch. Aber ich möchte hier noch gerne weiterbauen. Ja. Das kannst du ja auch im nächsten Part tun. Ja, warte. Ich baue das hier noch ab. Ah. Kann die. Das wollen wir jetzt in der Zeit mal wachsen. Ah. Habe ich noch. Mal gucken, ob da noch einen anpflanzen. So. Äh. Kommst du? Komme. Warte. So. Komme. Ich fliege. Wieder. Wind. So. Da ist er. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part und im nächsten geht es dann weiter. Also bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.